Wir müssen natürlich die verschiedenen Fahrtzustände, Bedingungen, äußeren klimatischen Bedingungen berücksichtigen. Aus dem Grund müssen wir auf der ganzen Welt testen. Angefangen von Südafrika über Frankreich, Schweden, am Nürburgring. Also möglichst viele verschiedene Bedingungen wollen wir abdecken. Yes, we have to test all over the world. So we have to test in the cold conditions, like here in Austria, or we go to Sweden, to Finland. And under the hot conditions, we go to South Africa. And to evaluate the driving behavior, the dynamics of the car, we go to the Nürburgring. Schnee ist eine Bedingung, ist ein Fahrzustand, wo man sehr feinfühlig agieren können muss, wo die Systeme sehr gut aufeinander abgestimmt sein müssen. Wenn ein System nicht zum anderen passt, hat man ein Problem, man kann das Fahrzeug nicht optimal an Grenzbereiche heranführen. Yes, now is a very special condition, because you are handling all the time on the limit of the car. On the limit between friction and slight friction. So you can evaluate the car, the components, very good how they play together, how the engine accelerates, and is it easy to control that, or is it not so easy. And therefore we can find the next step, and we hope the next better compromise. Sehr schön kann man hier unseren M-Dynamic-Modus testen. Das ist ja ein Regelsystem-Modus, der uns erlaubt, ein bisschen quer zu fahren. Aber wenn wir dann zu übertreiben, zu sehr quer kommen, hilft uns das System, das Fahrzeug wieder einzufangen. Und wir wollen natürlich jederzeit optimalen Vortrieb haben, also das System soll uns nicht zu sehr einschränken. Was es jetzt hier sehr schön macht, es gibt das Fahrzeug frei und wir können beschleunigen, obwohl wir hier nur im leichten Drift um die Kurve herum fahren. Beim M5 Fahrwerk haben wir eigentlich alles neu gemacht. Wir haben ein neues Konzept, vorrangig um Gewicht zu sparen und die Präzision des Fahrwerks zu erhöhen. Also das Fahrzeug zielgenau bewegen zu können. This suspension is completely new. It's based on the serious production car on the 550, but we changed all components, that we get a more precise behavior of the car, better handling, and on the other hand, not to forget it, to reduce the weight of the components of the chassis. Wir müssen mit dem Fahrzeug immer in den Grenzbereich gehen für die Erprobung. Das heißt nicht, dass dann der Kunde immer das Fahrzeug in den Grenzbereich bewegt, sondern die Frage ist, wie ist der Übergang? Es nützt uns nichts, wenn wir den Grenzbereich sehr hoch ansiedeln, aber dann der Übergang, das Übergangsverhalten, so nennen wir das, nicht mehr beherrschbar ist. Also er soll sich früh ankündigen und gut beherrschbar sein. So it's necessary to go to the limit with our cars, not for the reason that our customers are driving the whole time under that conditions. No, when we evaluate the limit of the car, then we can be sure that under the normal conditions, when you use only 10 or 20% of the performance of the car, you have a good feeling and with a good reserve when you accelerate or you have to brake. So that gives you a good feeling. Eine eigentlich sehr simple oder einfache Übung ist das Anfahren am Berg. Aber hier kann man sehr gut die Komplexität zeigen, wo die Regelsysteme mittlerweile beherrschen müssen. Ich stehe jetzt mit meinem Fuß, mit meinem rechten Fuß auf der Bremse. In dem Moment, wo ich aufs Gaspedal übergehe, muss das DSC-Regelsystem weiterhin den Bremsdruck aufrechterhalten und zwar so lange, bis der Motor übernimmt und sanft Gas gibt, damit kein Rückrollen ist. Und hier kann man die Dosierbarkeit wieder gut testen, dass auch die Kraft über die Räder auf den Schnee übertragen werden kann und das Fahrzeug nicht zurückrollt. Ein sehr einfaches, aber sehr gutes Übung, um die Systeme zu checken, ist, zu beginnen auf einer Helle. Ich brauche jetzt mit meinem rechten Fuß. Und wenn ich mein Fuß von der Bremse auf der Bremse auf der Bremse, der DSC-System muss ein bisschen langer brechen. Und wenn der Bremse hat genug Kraft, der Bremse muss sich über die Bremse auf den Bremse und das ist sehr soft und sehr schützend. Otherwise, I can't transmit the force on the surface and the wheel to the rear would start to spin again. Und wenn der Bremse auf der Bremse ist, und wenn der Bremse auf der Bremse ist, und wenn der Bremse auf der Bremse ist, dann ist der Bremse sehr gut. Ja, läuft sehr gut bisher. Die Änderungen, die wir vorgenommen haben, greifen. Man sieht, das Fahrzeug reagiert drauf und das ist immer erfreulich. Oh, it's working fine. The car is reacting to the changes we are doing and that's a big benefit at the beginning when we see the changes on the car works together. Mit dem Einzug der Elektronik, mit dem ganzen Regelsystem hat sich natürlich die Arbeit immens verändert. Aber ein riesen Vorteil ist, man kann hier online sich die Ergebnisse anschauen im Fahrzeug, online Veränderungen vornehmen, sofort wieder auf die Strecke gehen. Also von der Applikationsarbeit ein deutlicher Fortschritt. So, the work changes a lot in the last few years, because we have so many regulating systems, so many changes in the software. But a big benefit is, we can make the changes online in the car and we can feel online on the track immediately again what is reacting, how the car reacts and how it works. Ylaş. Errearer. Ja. Das ist vom Knieg. Das ist ein riespчит. Und er. In Horst August der Verssaalz Getestet wird es hauptsächlich, indem man Autos kalt oder beziehungsweise über Nacht stehen lässt, auf der Höhe sauber durchkühlen lässt, in der Früh seinen Kaltstart macht, anständig alles mitmisst und dann geht es ans Fahren. Kalt abfahren, kalt den Berg hochfahren, kalt den Berg runterfahren. Das sind alles die Themen, die wir von der Mutterapplikation in den Griff kriegen müssen. Dass er nicht ruckelt, dass er nicht nachschiebt, dass die Hinterräder nicht blockieren. Also ich bereite jetzt die Messung vor vom Kaltstart. Wir haben das Auto gestern Abend auf 1800 Meter abgestellt. Und jetzt werden wir dann gleich schauen, wenn die Messe nicht hochgefahren ist, wie kalt das der Motor ist. Und dann hoffen wir, dass er anspringt. Ich habe meinen Laptop vorbereitet, um die Messung zu machen, den kalt starten und die hohe Höhe. Wir haben das Auto auf 1800 Meter und ca. 50 Grad abgestellt. Ich hoffe, dass es jetzt perfekt starten wird. Genau. Das nächste ist jetzt hier die Messung starten am Rechner und dann in Kaltstart durchführen. Wir haben aktuell knappe minus sieben Grad Motortemperatur. Und dann schauen wir, wie er anspringt. Okay, Messung läuft. Startknopf. Und los. Macht er gut. Man sieht einen schönen Drehzahlverlauf. Die Schwingen ist nicht optimal, aber das kriegen wir alles noch hin. Wir sind ja noch in der Applikationsphase. Und wieder aus, dass er nicht warm wird. Das muss er können, weil der Kunde kann genauso aus der Garage rausrangieren, gleich wieder abstellen, Garagentor zumachen und so weiter. Also das ist definitiv kein Missbrauch, so was. Und man hört auch, man sieht, er macht's recht schön. Die Kaltstadt war jetzt okay, es ist noch Handlungsbedarf da, aber wir sind ja auch noch nicht ganz fertig. Und jetzt geht's ums Losfahren. Schauen wir, Kaltabfahrt, wie das alles funktioniert. Die Kaltstadt war jetzt? Das war's für heute. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020